Ich habe außerdem schon direkt das nächste Match gestartet gehabt, aber trotzdem sage ich mal hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Tut mir leid, dass das jetzt so abrupt startet, aber ich habe irgendwie wirklich auszusehen direkt schon... Oh, das ist tatsächlich nicht schlecht. Ich spiele da mal dich. So, nächstens kann ich theoretisch den, obwohl ich könnte den hier auch evolven, das wäre potenziell auch eine Möglichkeit. Aber ich denke tatsächlich, dass ich erstmal... Oh. So, ich mache da mal dich. Jetzt spiele ich die Lootkarte, das heißt, der evolft. Hm, dann... Wenn ever another an allied follower evolves, das wäre es dann du sein. Nächstens kann ich Sword General spielen, was ich auch machen sollte. So, einmal du. So, dich mache ich dann mal so. Er wird halt trotzdem damit gleich face gehen, befürchte ich mal. Okay, ich bin tot. Scheiße. Oh, fuck it. Ey, ist das... Ärgerlich. Das ist schon echt hart gewesen. Der Rocket Whale, der Rocket Whale, der war echt nicht gut für mich. Fuck. Damit habe ich bisher erst einen Sieg. Naja, wenigstens habe ich einen Sieg. So muss man es sehen. Und diese Folge ist auch bisher nur sehr, sehr kurz. Das Match eben dauerte keine vier Minuten. Alter, ey, das ist schon echt übel. Wie kann man ever das neue Attacks an den Lieder? Job 2 Karts. Aha. Und die Dancer, mhm. Ich... Ah, fuck, hätte Duel Blade Knight auf der Hand behalten sollen. Das war jetzt nicht klug. Ah, zweimal hilft die X-Men. Schon mal etwas. Gut. Vielleicht ein Messenger. Hm. Und damit bin ich nicht glücklich. Das ist jetzt natürlich sehr bescheiden für mich. Weil das bringt mir jetzt halt im Grunde nicht viel. Im Grunde nicht viel ist gut. Das bringt mir halt so ziemlich gar nichts. Ich muss das halt trotzdem machen. Das ist schon wieder richtig, richtig bitter für mich. Ich habe viel zu viele teure Karten auf meiner Hand. Beziehungsweise Karten, die ich jetzt halt nicht spielen möchte. Und zum Teil auch nicht spielen kann. Das ist nicht gut. Ich bin gleich schon wieder tot. Was ist halt? Oh. Oh, Bellringer Angel muss ich wohl mal machen. Also. Ich bin mit dir zu beten. Und dann kann ich dir das doch mal machen. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Ich bin mit dir zu sch deliverm. Ich bin mit dir zu einem schwarzen. Es ist ja gut. nicht gut Oh, in dem Deck sind wir für die 20 Karten in dem Deck gefühlt. Oh, fuck. If you have at least. Das heißt, der Effekt triggert gar nicht. Oh, das werden irgendwie Follower finden. Fuck it. Das ist nicht gut. Ich bin am Arsch. Mal wieder. Ich muss halt leider das dementsprechend machen, damit ich da... Aber ich kann jetzt Second Advent of Omen spielen. Das ist schon mal etwas. Das muss ich mal sehen. Es ist vor allem nicht. Aber es ist nichts. Es wird weiter. Ich zeige dir doch mal. das ist nicht gut das ist nicht gut verdammt ich bin tot ich bin mal sowas von tot das lief mal gar nicht ich bin tot ja ich bin tot doch die jaja hmm naja schon mal nicht so das dabei waren ja auch nicht die in anführungszeichen wichtigen packs so fünf stück ich hoffe dass ich zur nächsten aufnahme nochmal fünf packs wieder bekomme ansonsten muss ich erzählen was ich mache master for musician in animiert ist ganz cool ansonsten ja nochmal master for musician resplendent phoenix warte mal habe ich die jetzt als leader karte dadurch kann tatsächlich sein dass ich die jetzt als leader karte bekomme tempestius alchemist in animiert ganz cool first tackle mhm bin gatekeeper nochmal master for musician in animiert aber keine legendarien dabei leider jup resplendent phoenix habe ich jetzt als leader karte bekommen dafür naja wenigstens ein leader 9 also darf ich mich eigentlich nicht zu sehr beschweren auch wenn die folge echt ziemlich kurz ist aber nun gut ist halt nun mal so vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao 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 ciao